Freunde der Nacht, Henzes Blitzrezepte. Und zwar ganz schnell, mit ganz viel Geschmack, ein paar Zwiebeln klein geschnitten, Knoblauch, reichlich und idealerweise dunkle Champignons. Und das gemeinsam mit dem besten Lachs der Welt. Heute kommt ein sensationelles Gericht, und zwar ein Lachsfilet mit einer Prosecco-Sense-Soße und ein bisschen Wasabi für das Lachsfilet. Okay, und jetzt wandert das alles hier in die Pfanne, zack, und schön andraten, ein bisschen Butter, kommt der Lachs auch gleich mit dazu. Eine Prise Salz. Okay, das schaut gut aus. Und jetzt ein Löffelchen groben Sen, dazu etwas Wasabi-Paste. Und jetzt, Achtung, mit ein Stückchen Prosecco ablösen. Und zum Schluss noch ein paar Tröpfchen lecker Sahne. Okay, Freunde, perfekt, der Lachs muss noch so ein bisschen glasig sein in der Mitte. Deswegen relativ schnell und relativ heiß kochen. Boah, geil, das duftet. Große Portionen. So, kleiner Ausreißer, das kommt oben drauf. Dann vielleicht noch ein bisschen Schnittlauch. Und der Schnittlauch, der kommt hier oben drauf. Guten Appetit! Und der Schnittlauch, der Schnittlauch. Und der Schnittlauch, der Schnittlauch. Und der Schnittlauch, der Schnittlauch. Und der Schnittlauch im だ